Es ist das erste Mal gewesen in Österreich, dass es eine sozialliberale Koalition gegeben hat und ich habe den Begriff Fortschrittskoalition durchaus auch deshalb gewählt, weil es Fantasien und Perspektiven entwickelt, auch für andere Gebietskörperschaften in unserem Land. Es hat ja schon in den 70er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland eine Koalition zwischen SPD und den Liberalen, also der FDP gegeben, mit dem Anspruch, auch neue Perspektiven zu erschließen. Ich freue mich sehr, dass Olaf Scholz, der wahrscheinlich nächste bundesdeutsche Kanzler, auch den Begriff Fortschrittskoalition für ein Bündnis geschaffen hat zwischen SPD, Grünen und Liberalen. Also von daher füllen wir uns mit diesem Begriff sehr wohl und es entwickelt, wie ich meine, durchaus auch Perspektiven für die Zukunft, Modellcharakter und so wollen wir die Koalition auch handhaben. Das hat das erste Jahr gezeigt, dass wir gemeinsam an den Projekten arbeiten, ein Regierungsprogramm entwickelt haben, dass wir schrittweise abarbeiten. Im ersten Jahr schon vieles gemeinsam umgesetzt haben und die beiden Teams, die das erste Mal zusammenarbeiten, die beiden Clubs, die beiden Parteien, hier sehr gut zueinander gefunden haben und bedanke mich auch da ganz herzlich beim Vizebürgermeister Peter Christoph, dass die Zusammenarbeit in allen Bereichen auch so gut funktioniert hat. Wir haben allerdings in diesem vergangenen Jahr auch eine schwere Krise gemeinsam zu bestehen gehabt. Corona hat alle Lebensbereiche umfasst und wir haben trotzdem, obwohl diese Gesundheitskrise uns große Probleme und Schwierigkeiten gemacht hat, das erste Mal auch ein Doppelbudget für die Jahre 2022, 2023 auf Linie gebracht. Insgesamt 8 Milliarden Euro haben wir vorgesehen für die Bereiche Bildung, Gesundheit und Soziales. Wir haben für Klimaschutzmaßnahmen in etwa 2,8 Milliarden Euro vorgesehen und die städtischen Investitionen, insbesondere in Infrastruktur, befinden sich mit 5,8 Milliarden Euro im Spitzenfeld. Auch im Vergleich mit anderen Metropolen in Europa ist mehr auch, was die großen bundesdeutschen Städte Berlin, München, Hamburg vorsehen für diesen Bereich und befindet sich auf Rekordniveau. Wir wollen damit sicherstellen, auch mit diesem Doppelbudget, dass wir Stabilität, Verlässlichkeit und Vertrauen auch für die Zukunft schaffen können und auch in den wichtigsten Bereichen der Kommunalpolitik auch die entsprechenden wirtschaftlichen Voraussetzungen. Ich möchte trotzdem exemplarisch vielleicht einige Punkte noch vertiefend ansprechen. Zum einen natürlich den Gesundheitsbereich, der gerade jetzt in der Corona-Krise ganz besonders herausfordernd war. Wir haben in Wien, wie ich meine, zeitgerecht Maßnahmen gesetzt. Das ist auch ein Grund, warum wir im Bundesländervergleich die niedrigsten Inzidenzen haben, weil wir eben vorausschauend zeitgerecht unpopuläre Maßnahmen gesetzt haben. Sie können sich erinnern, ich habe die Osterruhe durchgesetzt in der Ostregion vor der Sommerpause Maßnahmen gesetzt, die nicht von allen verstanden worden sind. Ich habe mir damals sehr viel Kritik auch von Mitgliedern der Bundesregierung eingehandelt, die diese Maßnahmen als absurd bezeichnet haben. Und auch in der öffentlichen Diskussion ist dieser Weg sehr oft negativ betrachtet worden. Heute sehen wir, dass wir in den Herbst gegangen sind mit niedrigeren Sieben-Tages-Inzidenzen, was uns helfen wird, viele Menschen gut durch diese Krise zu bringen. Ich kann mich auch noch gut erinnern, dass die Perspektiven, die wir eröffnet haben in Wien, nämlich den Ausbau des Gesundheitswesens, neue Spitäler zu errichten, nicht so wie das vorgeschlagen war von politischen Mitbewerbern, aber auch von sogenannten Gesundheitsökonomen die Spitalsbetten zu reduzieren, insbesondere die Intensivbetten. Von daher war es gut, dass wir unserem Weg treu geblieben sind, ein öffentlich finanziertes Gesundheitswesen weiter aufrecht zu halten. Das hat sich gerade in der Corona-Krise als besonders wichtig herausgestellt. Und wir haben in dieser Corona-Krise mit einem sehr dichten Netz, das wir gebildet haben, ein Netz zwischen städtischen Einrichtungen, Blaulichtorganisationen, vielen Hilfsorganisationen, all jene, die wir auch unter dem Begriff Helfer Wien schon seit vielen Jahren zusammengefasst haben, dass es möglich war, ein niedrigschwelliges und breit gefächertes Angebot zu stellen, um zum einen die Impfquote positiv zu entwickeln, aber auch Testformate zu schaffen, die es in dieser Form in keiner anderen europäischen Großstadt gibt. Wir haben auch mit der Infrastruktur, die wir über viele Jahre aufgebaut haben, den Biotech Center Wiener beispielsweise, aber auch mit Ärztinnen aus Wiener Spitälern, wie Frau Dr. Vödinger, den Gurgeltest entwickelt, der mittlerweile auch international große Anerkennung gefunden hat und beispielgebend geworden ist für die gute und enge Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wien, Wissenschaft und universitären Einrichtungen. Und wir haben auch, was das Impfen betrifft, neue Wege beschritten. Wir haben die Zeit vom 2. bis zum 3. Stich verkürzt. Wir haben Kinderimpfen ermöglicht. Sie wissen, wir haben als erste Stadt überhaupt 9.600 Impfmöglichkeiten für Eltern angeboten, die ihre Kinder impfen wollen. Das war innerhalb von zwei Tagen völlig ausgebucht. Wir haben jetzt weitere 50.000 Termine angeboten bis Ende Dezember und wir sehen, dass das Interesse ein stark steigendes ist, weil wir, obwohl Kinder nicht oft an schweren Krankheitsverläufen leiden, aber doch die ersten Kinder auch auf Intensivstationen haben oder auch in Spitälern aufhältig sind und viele Eltern dazu übergegangen sind, ihre Kinder auch mit einer Impfung zu schützen. Und wir haben mit dem Testformat alles gurgelt, das wir Wienweit ausgerollt haben und wo wir pro Tag 250 bis 350.000 Tests vornehmen, PCR-Tests, also sehr genaue Tests, eine Möglichkeit geschaffen, dass man kostenfrei von zu Hause aus sich testen lassen kann und damit auch eine Möglichkeit haben, nicht nur individuell eine Sicherheit zu haben mit diesem Test, sondern durch Sequenzierungen auch einen guten Überblick haben über den Verlauf insbesondere auch der Delta-Mutation. Also von daher war es wichtig, dass wir Verantwortung übernommen haben, auch unpopuläre Maßnahmen gesetzt haben, die auch in unseren eigenen Parteien manchmal nicht gleich verstanden und akzeptiert worden sind, aber dass es möglich war, der Bevölkerung einen möglichst großen Schutz zu bieten. Und ich bin froh, dass wir auch dazu übergegangen sind, jetzt über Bundesländergrenzen und Parteigrenzen hinweg doch sehr scharfe Maßnahmen zu setzen in der Form eines Lockdowns, eines bundesweiten Lockdowns, beziehungsweise auch der Einleitung eines Verfahrens, das in letzter Konsequenz eine Impfpflicht in Österreich vorsehen soll. Das auch als ein Signal an jene Menschen, die bereits geimpft sind, dass wir eine Solidarität einfordern von allen in unserer Gesellschaft, um schnell aus dieser Pandemie herauszukommen und zu verhindern, dass wir neuerlich wieder in einem Lockdown schwere Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort, den Arbeitsmarkt, das Bildungssystem haben und das Zusammenleben. Ich kann mich nicht oft genug bedanken, auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Spitals- und Gesundheitswesen, die derzeit Übermenschliches leisten müssen. Viele von ihnen schon an die Leistungsgrenze gekommen sind und ich deshalb angeboten habe, dass wir gemeinsam auch darüber nachdenken, wie wir die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Bereich erhöhen. Wir haben uns vorgenommen, dass wir bis 2025 2500 zusätzliche Ausbildungsplätze schaffen, um den Personalstand aufzustocken und wir haben uns angesehen, was sind die Schwierigkeiten, um einen Beruf im Pflegebereich anzustreben. Das ist nicht einmal so sehr die Bezahlung, die in den letzten Jahren deutlich verbessert worden ist, vor allem im Bereich der Stadt Wien. Es sind vor allem die Arbeitszeitmodelle, die man neu definieren muss und vor allem die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verstärken muss. Aber es ist vor allem auch die Ausbildungszeit und wir haben deshalb einen wichtigen Schritt gesetzt, jetzt in diesem ersten Jahr der Fortschrittskoalition, dass wir für jene, die sich ausbilden im Gesundheits- und Pflegebereich pro Monat 400 Euro drauflegen, damit auch während der Ausbildungszeit es schon attraktiv ist, einen solchen Beruf im Pflegebereich auch anzustreben. Wir haben in den kommenden 25 Jahren vor, dass wir 1,1 Milliarden Euro in die Ausbildung hier einsetzen werden, um den stark steigenden Bedarf nach Pflegekräften auch entsprechend abzudecken. Und es hat jetzt in diesem ersten Jahr unserer Koalition auch eine strukturelle Verbesserung im Gesundheitswesen gegeben. Wir haben sogenannte Erstversorgungsambulanzen geschaffen, die ersten beiden im AKH und in der Klinik Favoriten, wo es darum geht, Interessierte, die in ein Spital kommen, zu behandeln und von dort aus von einer Erstversorgungsambulanz dann weiter in den Spitalsbereich zu bringen. Vieles wird man in diesen EVAs bereits erledigen können. Ziel ist, die sonst sehr überlasteten Ambulanzen in den Spitälern zu betreuen und zu versuchen, hier auch Patientinnen und Patienten umzuleiten. Und wir haben vor, dass wir insgesamt 36 Primärversorgungszentren schaffen. Das ist ein Modell, das vorsieht, dass mehrere unterschiedliche Ärztinnen und Ärzte in einem Team zusammenwirken. Auch das eine Ergänzung zum niedergelassenen Bereich, weil wir sehen, dass vor allem junge, neue Ärztinnen und Ärzte lieber in einem Team tätig sind, als auf sich alleine gestützt als niedergelassener Arzt oder Ärztin. Eine große Herausforderung für uns beide war auch die Bewältigung der Probleme am Wirtschaftsstandort, am Arbeitsmarkt. Hier gäbe es jetzt viel darzustellen. Wir haben insgesamt 600 Millionen Euro in die Hand genommen, um insbesondere Ein-Personen-Unternehmen, Klein- und Mittelbetriebe zu unterstützen, ergänzend auch zu den Maßnahmen der Bundesregierung. Und es war uns wichtig, in diesen 50 Einzelmaßnahmen, die wir gesetzt haben, zielgruppenorientiert, punktgenau hier zu helfen. Ich möchte vielleicht den Gastro-Gutschein hier besonders erwähnen, wo es in einer schwierigen Situation notwendig war, den Gastronomiebetrieben, aber auch den 66.000 Beschäftigten eine entsprechende Unterstützung sehr unmittelbar und bürokratisch angeteint zu lassen, indem die Wiener Bevölkerung motiviert worden ist, die gastronomischen Einrichtungen zu besuchen. Wir haben einen Gebührenerlass gemeinsam vorgesehen für Unternehmen, die besonders unter Druck gekommen sind in dieser Zeit und haben auch ein neues Modell geschaffen mit direkten Beteiligungen der Stadt Wien an privaten Unternehmen, die in Schwierigkeiten gekommen sind. Und den Arbeitsmarkt haben wir in zwei Gruppen ganz besonders unterstützt, nämlich zum einen bei den jungen Menschen, die eine Lehrstelle suchen. Hier haben wir gemeinsam mit den Sozialpartnern Modelle entwickelt, dass jene Mädchen und Burschen, die eine Lehre begonnen haben, diese aber nicht fertig machen konnten, weil nämlich ihre Betriebe in der Gastronomie, in der Hotellerie geschlossen gehabt haben, dass wir hier geholfen haben mit den Sozialpartnern, dass es zu einer entsprechenden Lehrabschlussprüfung kommen kann. Und wir haben die überbetrieblichen Lehrwerkstätten ausgebaut, um insbesondere in der Phase, wo auch Klein- und Mittelbetriebe, die sonst Lehrlinge betreut haben und in dieser schwierigen Corona-Situation das nicht gemacht haben, hier ergänzt worden sind durch diese überbetrieblichen Lehrwerkstätten. Und wir haben als zweite Zielgruppe definiert die über 50-Jährigen. Wir haben ja mit der Aktion 50 plus bereits 1.165 Personen, die älter als 50 sind, am Arbeitsmarkt entsprechend untergebracht. Wir haben das aufgestockt auf 2.000 Stellen, die wir auch finanziell unterstützen wollen. Die Stadt Wien gemeinsam mit dem WAF, den Wiener Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerförderungsfonds und dem AMS. Und wir haben vor, dass wir hier noch weitere 1.000 Stellen in Kooperation mit der privaten Wirtschaft zur Verfügung stellen, um gerade jenen, die am Arbeitsmarkt besonders unter Druck kommen, eine entsprechende Hilfe angedeihen zu lassen. Ein wichtiges Thema, für das wir in Wien auch bekannt sind, ist Wohnen. Wir haben derzeit 22.000 neue Wohnungen in Planung oder in Bau. Viele davon Gemeindewohnungen sind 4.000 oder geförderte Miet- und Genossenschaftswohnungen. Wir bauen auch den Bereich der Smart-Wohnungen weiter aus. Das sind Wohnungen, wo man keine oder fast keine Eigenmittel benötigt, um eine derartige neue Wohnung zu bekommen. Und wir haben gemeinsam Aktivitäten gesetzt, um Plattformen zurückzudrängen, die Wohnungen aus dem Markt genommen haben, um sie für Touristen zur Verfügung zu stellen. Also wir haben mit Airbnb beispielsweise harte Verhandlungen geführt, dass diese Plattform dazu übergegangen ist, keine Gemeindewohnungen mehr auszuweisen im Internet und sie auf illegale Art und Weise zu vermieten. Bei allen Mietern, Mieterinnen, wo wir drauf kommen, dass das auf diesem Weg anderen Zwecken zur Verfügung gestellt wird, leiten wir ja Delosierungsverfahren ein. Ein Thema, das uns ebenfalls noch sehr wichtig ist, ist Klimaschutz. Hier haben wir vieles vor. Wir haben uns vorgenommen, für diese Legislaturperiode 400.000 Quadratmeter mehr Grünfläche zu schaffen und das in einer Situation, wo wir schon in den letzten Jahren den Anteil an Grünraum in Wien von 50 auf 53 Prozent erhöht haben. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir bis 2025 25.000 neue Bäume setzen werden. Und zwar jetzt nicht im Wald irgendwo im Wienerwald, sondern in den Parkanlagen in unserer Stadt. Und das unter dem Motto, raus aus dem Asphalt, wo wir uns vorgenommen haben, auch 20 Millionen Euro Förderung für Projekte in den Bezirken anzubieten, wo auch im dicht verbauten Gebiet Bezirke dazu übergehen können, beispielsweise Bäume zu setzen oder andere klimarelevante Maßnahmen finanziell zu unterstützen. Und wir werden die größte Photovoltaik-Offensive umsetzen bis 2025. Wir haben uns vorgenommen, pro Jahr Photovoltaikanlagen in der Größenordnung von 100 Fußballfeldern zu realisieren. Das ist uns jetzt im ersten Jahr schon gelungen und das wollen wir jetzt in den kommenden Jahren auch so weiter umsetzen. Bis wir 2040 CO2-neutral sind, ein sehr ehrgeiziges Ziel, das wir aber durchaus auch auf Linie haben. Und eine wichtige Maßnahme im Klimaschutz ist der Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Wir haben jetzt vorgesehen, dass wir die U-Band-Linien U2, U5 ausbauen, nach Herr Neuss und zum Wiener Berg. Das werden insgesamt elf Kilometer sein mit zwölf neuen Stationen, weil das eines der wirksamsten Instrumente ist, um die CO2-Emissionen zu reduzieren. Und das kombiniert auch mit dem Ausbau von Straßenbahnen wie der Linie 27 zwischen Floretsdorf und der Donnerstadt, aber auch dem flächendeckenden Parkpickerl, das ab 1. März 2022 dafür sorgen wird, dass es weniger Verkehr in unserer Stadt gibt. Also das sind nur einige wenige Beispiele, die zeigen sollen, dass wir in diesem Jahr trotz Corona-Krise viele gemeinsame Projekte auf den Weg gebracht haben. Wir unterscheiden da nie, ist es ja der Projekt SPÖ oder NEOS, weil wir als Regierung uns da als gemeinsames Kollektivorgan verstehen und gemeinsam die Projekte auch auf den Weg bringen. Und das ist auch gut so, denn wir haben auch unsere Diskussionen innerhalb der Stadtregierung, aber gerade in der Krise entspricht es der politischen Verantwortung, dass man nach außen hin geschlossen auftritt. Das wird auch von der Bevölkerung in einer Krise verlangt von den politischen Entscheidungsträgern, heute auch für richtig. Ich glaube, wir unterscheiden uns da positiv von anderen Regierungen und von daher werden wir uns vornehmen, auch gemeinsam in den nächsten Jahren unsere Programmpunkte abzuarbeiten, die wir uns im Regierungsprogramm vorgenommen haben. Und unser Ziel ist es, dass wir die Bevölkerung nicht nur gut durch die Corona-Krise bringen, sondern dass wir auch Akzente setzen in den ganz wichtigen Bereichen, in der Stärkung des Wirtschaftsstandards und Arbeitsmarktes, wie wir das Bildungssystem weiter ausbauen, die Daseinsvorsorge stärken, damit sichergestellt ist, dass mit den Investitionen, die wir uns vorgenommen haben, die wir jetzt auch schon umsetzen, der hohe Lebensstandard unserer Stadt und der Menschen in unserer Stadt erhalten bleibt.